einen wunderschönen guten abend herzlich willkommen hier im körperforum wunderbar besucht wie immer zuletzt muss man sagen seit wir unsere neue veranstaltungsreihe ins leben gerufen haben ukraine and beyond ich freue mich sehr dass sie so zahlreich erschienen sind ein herzliches hallo an alle die uns gerade per livestream zugeschaltet sind vielleicht auch aus der ukraine privat genau wunderbar an meiner seite ich glaube ich brauche sie vielen von euch nicht vorzustellen marianna sadowska schauspielerin sängerin performerin komponistin nicht zuletzt auch eine große aktivistin auch schon vor dem krieg vielen dank dass du da bist marianna du kannst ruhig etwas zu mir kommen ich weiß es ist ja ich bin weiß es ist sie heute das behauptet dass die ukrainische märz im sali präder muss ich noch nicht wie die ukrainische haben wir werden mehr sprechen auf deutsch und singen mehr auf ukrainisch und jede kriegt ein bisschen was mit. Wunderbar. Ich habe dich jetzt nicht ganz 100 Prozent verstanden, aber ich hoffe, du hast keine Werbung für Waschmaschinen gemacht oder so? Nein, noch nicht. Das kommt danach. Genau. Ich wollte dich bitten, ob du einmal kurz sagen kannst, dass wir aus Zeitgründen diese Veranstaltung leider nicht simultan übersetzen können. Aber das hast du wahrscheinlich gesagt. Das habe ich gerade gesagt. Wunderbar. Vielen Dank. Schön, dass Sie da sind. Die Veranstaltung heute Abend findet im Rahmen der Konzertreihe Ort zur Welt statt. Einige von Ihnen kennen diese Konzertreihe vielleicht. Es geht uns immer darum, dass wir hier Künstlerinnen eine Bühne schenken, die Mariana ist das beste Prototyp dafür, es schaffen, eine Brücke zu bauen zwischen den Traditionen, wo sie herkommen und der Moderne. Und Mariana selbst war auch 2020, September 2020, hier auf dieser Bühne zu erleben mit ihrem Duo, mit Christiane Thomae. Und heute ist sie in einer anderen neuen Funktion da. Und zwar ist heute nicht nur ein Konzert im Rahmen der Konzertreihe Ort zur Welt und nicht nur im Rahmen der Veranstaltungsreihe Ukraine and Beyond, sondern auch quasi eine Art Auftakt. Sie sind quasi in einer Premiere heute einer neuen Reihe, die wir mit Mariana Sardowska jetzt in diesem Jahr quasi starten, kuratiert von ihr. Und heute Abend ist der Auftakt. Vielen Dank, Mariana. Du hast dir sehr viel Mühe gegeben, dass dieser Abend heute überhaupt zustande gekommen ist. Und bevor ich jetzt versuche, vor allem die Namen richtig auszusprechen, würde ich dich doch bitten, unsere wunderbaren Künstler kurz vorzustellen und vielleicht auch zwei Worte dazu zu sagen, warum du mit diesen Künstlern heute gestartet bist, warum du einen so wunderbaren Gesprächspartner wie Christian Diemer mit eingeladen hast. Und was ist das Besondere? Warum ist diese Veranstaltung heute wichtig als Auftakt, um die Ukraine besser zu verstehen, die ukrainische Musik? Also ich werde bedanken an Körber Stiftung und an dir, Bachar, persönlich lassen, auch für die Ende. Aber ich bin trotzdem sehr dankbar, dass wir überhaupt heute hier sein könnten und stehen könnten. Und zwar es wird, Bachar hat vorgeschlagen, Lass uns diese Vielfalt der ukrainischen Musik nach Deutschland bringen und euch Vertrauen machen mit dieser wunderbaren, mit dieser Welt, der immer noch terra incognita bleibt für viele in Europa. Und wann, wann, wann nicht jetzt? Und dann haben wir gedacht, wir werden eine Serie von Konzerten machen, die werden ganz verschiedene musikalische Aspekte präsentieren. Aber wir fangen an quasi mit Wurzeln. Wir fangen an mit zwei Kollektiven, zwei Ensembles. Drevo, das heißt Baum, der Baum, Tree. Und das ist absolut liebende Legende in der Ukraine. Der Gründer und Leiter von diesem Kollektiv, Professor aus dem Kiew-Konservatorium, Yevhen Yefremov, ist der Mann, warum ukrainische traditionelle Musik überlebt hat. Und er ist hier. Das ist ein Kollektiv, Herr Yefremov hat gesagt, das sind alle Wissenschaftler, Ethnomysikologer, die haben gesagt, wir müssen, es reicht nicht nur Recherche machen, darüber schreiben, wir müssen diese Kultur lebendig halten, wir müssen singen. Diese unfassbare, mehrstimmige, traditionelle Gesang. Und das zweite Kollektiv liegt mir auch sehr im Herz. Das Kollektiv heißt Devena, Wunder. Und die wunderbaren Sängerinnen kommen aus Donetsk. Also für euch ist heute unfassbare Möglichkeit, die Stimme der Donbass hier zu hören. Und das Kollektiv Devena hat quasi schon zweimal zu Hause verloren. Einmal in 2014 und einmal jetzt. Von kurzem, von drei Monaten. 2014 sind die nach Kiew ausgereist und Irpin. Von drei Monaten sind die nach Köln gekommen. Zu mir. Es war so glücklich, auf dem Bahnhof Julia mit ihren zwei Tochterchen umarmen zu dürfen in Sicherheit. Und die zwei Kollektive singen heute für ihnen. Und ich dachte, ach, das ist sowas Exotisches. Das ist sowas vielleicht Fremdes. Wer kann die Türe öffnen in diese wunderbare Welt? Und da dachte ich, das kann nur Christian Dehmer machen. Christian Dehmer ist Musikwissenschaftler und Komponist aus Deutschland. Und der hat sich in diese Musik verliebt. Der hat sich in diese Welt verliebt. Und darüber sprechen wir später. Und ich bin so dankbar, dass wir alle dank Körber Stiftung heute hier sein dürfen. Und versuche, so wenig wie möglich zu reden, dass wir so viel wie möglich hören, tauchen in diese wunderbare Welt. Vielen Dank, Marianne. Wir haben es schon angedeutet. Es gibt einen Gesprächspart in der Mitte des Konzerts, wo wir auf einzelne Aspekte eingehen werden. Und auch nochmal Marianne auch als Person selbst nochmal kurz interviewt wird. Wir wünschen Ihnen ganz viel Freude. Jetzt machen wir die Bühne frei für ein wunderbares Ensemble. Es ist leider keine Weltpremiere, aber zumindest eine Körperforumspremiere. Und Hamburgpremiere. Danke schön. Hallo. Guten Abend. Eine Sekunde. Vorher gleich. Wir sprechen aus Donbass. Denkst du für unsere Mutterland. Und die erste song wurde demais und die erste sogenannte Sonnenberg, die Sonnenbrettach, die wurde für uns symbolisch geschrieben. Sie hat auch verändert, dass sie leur meaning als wir母isch anwärtigte, die erste Mal gewissätigt ist. Und es ist noch immer relevant für uns und für Millionen von Ukrainen. Musik Da dumu, biežkom, biežkom, Do kraju dojdu, Do dumu pieddu, Do kraju doj šla, Do dumu piešla, Do dumu prišla, Goľa te pešla, Oj, daj, Bože, duši ko, Aby je nymorosči ko, Oj, daj, nevnak, ja, Šiog nam po galet, Oj, spa sebi, Bože, Za dopomogu, Šo dnia do robin, Niko ne bi, Tđlke jednog, Toj ne svoga. Toj ne svoga. Toj sp對不對, Toj ne svoga. The death of a soldier and we want to dedicate it to all Ukrainian warriors. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dearest and nearest, of course, missed them as now Ukrainian families miss each other when they are divided by the war. And the girl sings, my heart aches and my headaches, I want to see my beloved one. And the girl sings, my heart aches and my heart aches, I want to see my beloved one. The girls sing, my heart aches and my heart aches and my heart aches and my heart aches. Musik 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 Das war Wunder, Dwyna aus Donetsk Universität und jetzt freue ich mich zu bitten, Drewo aus Kyiv. Applaus Ich wollte mich überprüfen, vor dem vorigen von Donetsk. Die Mädchen sind auf der ersten Weg, und ich wollte sie ihnen wünschen, auf dem weiterer Verwaltung der Folklore in diesem ukrainischen Kreis Donbass. Und Donbass weiter trägt. Und noch eine ganz wichtige Name, die heute noch nicht geklungen ist, das ist der Olena Tyurikova. Das ist Ethnomusikologin, Wissenschaftlerin aus Donetsk, aus Donbass. Und eigentlich, soweit ihr Herrn Yefremon weiß, Olena Tyurikova hat angefangen, mit dem Kollektiv Divina zu arbeiten, dass dank ihr diese Tradition der Donbass-Region lebendig geblieben ist. Und leider, sie ist jetzt, sie könnte nicht ausreisen. Und sie eigentlich musste jetzt, könnte noch Richtung Russland ausreisen, wo sie gerade ist und wo sie sehr leidet. Aber ihr Name muss unbedingt heute klingen, Olena Tyurikova. Vielen Dank. 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 Ihr kennt, ihr kennt Wunder der Georgischen Polyphonie, ihr kennt Wunder der Korsikanischen Polyphonie, ihr kennt Bulgarische Polyphonie. Und heute ist ein Wunder der Polyphonie für euch hier und jetzt kommt ein Lied aus Zentral-Ukraine aus Poltava-Region, ein Liebeslied, ein Liebeslied. Und die hier, das ist ja auch hier, das ist, das ist ja auch hier. Und das heißt, das ist ja auch hier. Und wenn ihr euch hier im Lied ausreichend zu sagen, das ist das Lied, die ihr gehört habt, kommt aus Tschernobyl-Gebiet. als Gebiet, wo jetzt nicht mehr gesund wird. Untertitelung des ZDF, 2020 ZANG EN MUZIEK 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 mit drei Kindern. Leider ist die Geige in der Ukraine geblieben und dann könnte man die Geige nach Polen holen mit langen Wegen und leider ist die Geige kaputt angekommen. Heute ist eine geliehende in Hamburg, ich weiß nicht mit welchem Wunder haben die in Hamburg jemanden getroffen, der von der Geige geliehen hat und deshalb haben wir diese Möglichkeit heute auch die Tradition der Geige Musik aus Norden Ukraines Polizia, aus dem Norden Ukraines, aus Polizia Region, nicht Tschernobyl, Western Polizia, Western Norden zu hören. Serhii Ochrimchuk. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich lebe, ich lebe, ich lebe, ich lebe. ... Musik ... Möller Kuzak Amen. 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 Vielen Dank. Danke. 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 Korno dealers ein bisschen Wie Sie sicher wissen, gab es eine blühende deutschsprachige jüdische Literatur und vieles mehr. Und dass aber das im Prinzip aus deutscher Sicht vergessen ist, aus europäischer Sicht vergessen ist. Wir haben keine Ahnung, die Leute, denen ich gesagt habe, ich war in Tschernobyl, die sagten, was, du warst in Tschernobyl? Dann sag ich, nein, ich war in einer Stadt, die mal die östliche Stadt Österreich war. Das hat nicht geholfen, den Leuten das nahe zu bringen. Und auf der anderen Seite von der Ukraine aus, das damals eben auch, wie das Vergessenes, wie das ganz weit zurückliegendes wirkte. Das war so die Initialzündung vielleicht. Dann hat es mich später wieder in die Ukraine verschlagen und zwar mit einem ganz anders gelagerten Projekt. Da war ich dann plötzlich in der Ostukraine mit einem Projekt, das hieß Eurobus. Da war die Idee, junge Menschen in einem Bus in die Ukraine zu fahren, damit sie dort junge Menschen aus der Ukraine treffen, damit überhaupt ein erster Kontakt mal zustande kommt zwischen jungen Menschen, die vorher eben noch nie voneinander und übereinander und miteinander etwas getan hatten. Und dieses Projekt brachte mich dann in Gegenden der Ostukraine, die wir jetzt teilweise aus den Nachrichten kennen, Trostianetz, Kremina, Orte, die jetzt von Russland erobert und zerstört worden sind. Das war dann mein erster Kontakt mit der Musik in der Ukraine. Das war ein zivilgesellschaftliches Projekt. Wir wollten dort eigentlich in einem Seminarraum sitzen mit jungen Ukrainern und zivilgesellschaftliche Projekte lösen. Irgendwas, Umwelt oder sowas. Was die wollten, die wollten uns ihre Tradition zeigen, ihre Musik. Dann wurden wir da wie Staatsgäste empfangen als junge Leute, von Leuten in Kostümen, die uns ihre Tradition gezeigt haben, weil das wichtig war für sie. Und dann habe ich gedacht, das schaue ich mir noch mal genauer an im Rahmen einer Dissertation und bin dann wieder in die Ukraine gekommen, um genau das zu erforschen. Warum ist diese Musik wichtig für die Ukrainer, um zu erklären, wer sie sind und in welchem Verhältnis steht diese Musik auch, also diese traditionelle Musik, im Verhältnis zu all den zeitgenössischen, modernen, globalisierten, popmusikalischen Einflüssen, die es ja auch gibt in der Ukraine. Und vielleicht bevor wir auf diese Frage eingehen, die ich dir auch tatsächlich stellen wollte, einmal noch mal einen Punkt zu dir. Also du bist ja, es ist ja nicht nur bei einer Dissertation geblieben, sondern du lebst ja eigentlich jetzt schon in Kiew. Also nicht jetzt, musstest du natürlich auch leider flüchten. Aber du bist seit 2018 der Leiter des House of Europe in Kiew. Was ist das genau? Kannst du uns was zu dieser Organisation erklären und deine Aufgabe vor allem da drin? Das ist im Prinzip sowas wie der Eurobus in groß. Die Idee ist nach wie vor, ukrainische Menschen mit Menschen in der EU in Kontakt zu bringen. Das ist ein EU-gefördertes Programm, relativ großes Programm, letztendlich ein Förderprogramm, das die Zivilgesellschaft und die Kultur in der Ukraine unterstützt mit Geld, mit Lernformaten, mit Vernetzungsformaten, sodass es eben mehr Kooperations- und Austauschbeziehungen zwischen den Profis in der Ukraine und ihren Kolleginnen in der EU gibt. Das ging von Förderung, von Koproduktionen, von Opern, von Studienreisen in die ganze Breite der zivilgesellschaftlichen, der beeindruckenden zivilgesellschaftlichen Aktivität in der Ukraine. Und als jetzt der Krieg begann, du hast erwähnt, habe ich das Land verlassen müssen, aber das House of Europe ist auch jetzt nach wie vor in der Ukraine aktiv und leistet dort Notfallhilfe, also zum Beispiel Evakuierung von Kulturschätzen aus ukrainischen Museen, die Russland genauso wie Krankenhäuser gerne bombardiert. Das heißt, eure Aufgabe ist es hauptsächlich, Förderprogramme aufzusetzen, um ukrainische Kultur im Land oder auch außerhalb des Landes zu unterstützen und zu fördern? Ukrainische Kulturschaffende und Zivilgesellschaft in der Ukraine im Land zu unterstützen und auch zu vernetzen mit der EU, damit genau sowas wie was wir jetzt hier erleben, also ein Dialog zwischen Kulturen und Gesellschaften, die vielleicht noch nicht so viel voneinander wissen, damit das eben öfter stattfindet. Und vielleicht, wenn ich dich noch einmal fragen darf, im Kontext zu unserer Veranstaltung heute Abend, also wir haben das, was wir heute Abend erleben, erlebt man ja nicht leider jeden Tag. Das ist schon etwas sehr, sehr Besonderes. Aber was nicht so, ich sage mal, besonders ist und doch natürlich total einzigartig, ist, dass sich quasi mehr oder weniger durch die gesamte ukrainische Musikkultur die traditionellen Elemente durchziehen, also wie ein roter Faden. Wie kommt das und wie wichtig ist es für die nationale Identität der Ukrainerinnen, dass sie wirklich zu ihrer Tradition stehen, obwohl sie moderne Musik machen? Du hast in deiner Arbeit sehr viele interessante Musikerinnen aus dem Jazz- und Pop-Bereich auch porträtiert, die genau das aufweisen, obwohl sie sehr, sehr moderne, westliche sozusagen, westlich ist jetzt in dem Fall nicht richtig, aber moderne Musik machen, sind traditionelle Elemente sehr stark vertreten. Warum ist das so oft zu beobachten in der ukrainischen Musik? Ja, genau, ich glaube, das ist richtig. Es gibt in vielen Bereichen des Lebens in der Ukraine diesen Bezug auf die Tradition, in der Musik, aber auch in anderen Bereichen, in der Mode, im Alltag, in der Werbung. Und das Interessante ist, dass wir das üblicherweise als einen Gegensatz denken. Es gibt auf der einen Seite Tradition und dann gibt es vielleicht Innovation oder Kommerz oder Globalisierung. Also wir denken das in so einem Gegensatzpaar. Und vielleicht auch in einem Bedrohungsverhältnis. Das eine könnte das andere auslöschen. Oder vielleicht auch das Traditionelle könnte so eine Beharrungskraft dagegen haben, was dann vielleicht auch so etwas Tümelndes, Kitschiges haben könnte. Und in der Ukraine scheint es diesen Gegensatz so nicht immer zu geben, sondern es scheint manchmal zu gelingen, dass man gerade im Rekurs auf die Tradition eine unglaubliche Innovationskraft entfaltet. Und dass damit auch ein Begriff sozusagen von Authentizität entsteht, der eben überhaupt nichts Einschränkendes, Limitierendes, Konservierendes hat, sondern im Gegenteil eine unglaubliche Energie freisetzt. Und ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen der Schlüssel, warum der Traditionsbezug in der Ukraine auch als eine Dimension sozusagen von nationalem Gefühlt, um zu erklären, wer sind wir, funktioniert. Und zwar, indem man damit eigentlich eine ganz zeitgenössische, progressive, multikulturelle, globalisierte, globalisiert anschlussfähige ukrainische Identität eigentlich performiert. Also die ukrainische Identität, die wir jetzt im Augenblick sehen, wo eine ukrainische Zivilgesellschaft, wo ukrainische Kulturschaffenden unter dramatischsten Bedingungen ihr Land organisieren, sich selbst organisieren, ihr Land in der Welt kommunizieren und ihr Land in der Welt positionieren. Ich glaube, in diesem ganz, ganz interessanten, das habe ich wirklich auch noch in anderen Ländern so nicht erlebt wie in der Ukraine, dass Tradition und Innovation in so einem speziellen Verhältnis zueinander stehen, dass wirklich Tradition plus Innovation Authentizität ergibt. Und könnte man sagen, dass das einer der Gründe auch ist, dass in der gesamten Geschichte der Ukraine die Kultur immer irgendwo auch bedroht und gefährdet war durch die, ich sage mal, das russische Imperium. Ist das vielleicht, würdest du aus deiner Beobachtung sagen, dass das auch ein Impuls ist, gerade weil etwas gefährdet ist, möchte man es erst recht bewahren? Es ist halt einfach auch eine wunderbar schöne und kraftvolle Musik. Also die Klänge dieser Stimmen, das hat einfach eine wahnsinnige Energie. Ich weiß gar nicht, ob man es jetzt vielleicht auch überinterpretiert, wenn man sagt, ja, ja, natürlich, das ist ein Land und ein Bereich der Erde, auf dem Schreckliches passiert ist, auf dem das Schreckliche und das Schöne so nah beisammen liegen. Das Blühende und das Mörderische. Und irgendwie hat man das Gefühl, das hört man auch in der Musik, das hört man in diesen Stimmen. Sind die schön oder sind die schrecklich? Auf jeden Fall sind sie gewaltig. Da ist irgendwie alles drin. Ich glaube, es gibt schon auch die Angst, dass das alles verloren gehen könnte. Das hört man viel, wenn man mit ukrainischen Musikethnologen darüber spricht, dass sie sagen, oh je, ja, ja, das stirbt alles aus, das interessiert keinen mehr. Da müssen wir noch schnell in ein Dorf fahren und das dokumentieren, bevor die Leute sterben, die das noch wissen. Und dann liegt es wenigstens im Archiv und vielleicht ist es dann später irgendwann mal wieder interessant für irgendjemand und dann kann das ja dann jemand wieder ausgraben. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen auch so ein vielleicht etwas kulturpessimistischer Seitendiskurs, ich würde das gar nicht so überbewerten, wir hören ja, dass es lebendig ist und von Herrn Jefremow ist auch das Zitat überliefert, ja, die Musik muss gesungen werden und deswegen macht er das ja. Die andere Frage ist natürlich, ist das dann noch die gleiche Musik? Wenn diese Musik von einer alten Frau im Dorf beim Beackern ihres Feldes gesungen wurde oder wird oder wenn die ganz ähnliche Musik, also die in einer wissenschaftlichen Beschäftigung mit dieser alten Frau entstanden ist, sozusagen sich von dieser Frau abgeschaut wurde, wenn die dann hier in Hamburg bei der Körperstiftung erklingt, vor einem Publikum, von Leuten mit einer musikalischen und wissenschaftlichen Ausbildung, einem internationalen Publikum dargeboten. Ist das dann noch das Gleiche? Ist es dann noch authentisch oder ist es was anderes? Aber es lebt. Ja, vielen Dank. Du hast dir eine wunderbare Brücke geschlagen zu Jefrem. Das wäre nämlich tatsächlich auch mal eine Frage an Sie. Wieso es nicht reicht, diese Tradition zu dokumentieren und zu archivieren? Warum muss diese Tradition gerade gesungen, also lebhaft sozusagen gepflegt werden? Eine Frage zu Ihnen. Ich habe ihn голосlich, um es zu hören, um es zu hören. Eine Frage ist, Herr Evgeny, warum Sie verstehen, dass es nicht足st, zu archivieren, zu archivieren, zu archivieren, zu archivieren? Warum Sie beginnen, sie zu singen? Ja, das ist, was sie zu singen, um es zu singen, um es zu singen, Ganz einfach, weil Musik muss klingen, Gesang muss klingen. Das ist genauso wie ein Musikinstrument. Wenn ein Musikinstrument zu Hause liegt und niemand spielt, dann niemand weiß, wie das klingt. Und das trottet. Aber wenn man hört, dann liebt das. Also, ich weiß, dass die Musiker, die nötchen, dann sie schreiben, 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 aber die nötchen nicht zu dembrief, nicht zu dem Charakter. Ja, und plus es gibt sowas. Natürlich können die Leute, die diese Musik sammeln, natürlich notieren die die Musik ganz sorgartig. Und natürlich entstehen Bücher und man kann die Noten lesen und die Texte lesen. Aber wie kann man notieren die Intonationen, diese Kleinigkeiten, die Ornamentik, diese Emotion, die hinter diesen Tonen ist und die Klang, als die Frauen im Dorf diese Lieder gesungen haben. Wie kann man das notieren? Das kann man nicht notieren. Und deshalb haben wir angefangen, nicht noch zu erleben. Transkribieren, notieren diese Lieder, sondern in die Dörfer zu fahren, aufnehmen, noch und noch mal lernen von Frauen, wie die singen. Wir haben die heute gesungen, wir haben die am anderen Teil gesungen, mit anderer Stimmung, mit anderer Wetter oder mit anderer Jahreszeit. Und dann versuchen wir nach soem wieder und wieder quasi ganz, ganz präzise übernehmen diese Art von Gesang. Das Spannende. Wenn ihr jünger war, ganz jünger Mannheim. Der hat diese Folklorechoren gehört. Da macht ihr Soroblo Remarco. Folklorechore, die in der sowjetischen Zeit waren so Ensembles der ukrainischen Folklore. Offiziell erlaubte Musik. Große, große Choren. Die haben diese Lieder gesungen. Nicht diese Lieder. Die haben irgendwas gesungen. Und Jair Wain sagte, ich war nie berührt. Der Klang war groß, aber er klang irgendwie fake. Irgendwie artificiell. Also nicht echt. Und so was haben wir alle erlebt. Also alle, die, wir haben alle erlebt diese fake Folklore. Und wenn man, wenn ihr einmal in die ukrainische Dorf reist und diese Omas hört, dann merkt ihr das was ganz anders. Das klingt ganz anders. Und dann von Anfang an sind sie irgendwie verliebt. Und wir, die Musiker, wir haben gelernt, wir haben in Musikschulen gelernt, in Konservatorien, Hochschulen gelernt. Aber wir zum ersten Mal haben in Dorfen erlebt, so ein Element, so ein Element, die für uns unbekannt war. Und aus diesem Schock fängt das an. Für uns alle. Wunderbar, vielen Dank. Ich habe das Gefühl, Sie können meine Gedanken lesen, weil drei der Fragen, die ich stellen wollte, haben Sie jetzt schon beantwortet. Aber vielleicht eine Frage, die mich sehr interessiert, die ihr beide natürlich bestimmt auch beantworten könnt, aber ich würde das gerne aus ihrem Mund hören, ist. Also zum einen, einmal kurz Klammer auf, ich weiß nicht, ob du das am Anfang erwähnt hast, was sehr besonders ist an diesem Gesangsensemble oder an beiden Gesangsensemble ist, dass wir haben hier nicht sozusagen durch die Ausbildung, also ausgebildete Musikerinnen, die sich jetzt auf die ukrainische Vokalpolyphonie konzentriert haben, sondern wir haben, das sind alles Musikethnologinnen, die Sie heute hier erleben. Das heißt, das sind eigentlich Wissenschaftlerinnen, die singen. Das ist, finde ich, schon sehr, sehr beeindruckend und besonders, Klammer zu. Die Frage, die ich noch hätte, ist, diese Gesänge, die wir heute gehört haben, offensichtlich, wir haben, Wiener hat uns einen Einblick gegeben, wo es inhaltlich darum geht, das sind keine sakralen Gesänge, die in der Kirche erklingen. Sie sind sehr pragmatisch, sie haben sehr viel mit dem Leben, mit dem Alltag der Menschen zu tun. Wo ist in der Regel, wo und wann und in welcher Form findet diese Art der Aufführung, des Singens statt? Ja. 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 Und wie kann man diese Gesänge hochzuhören? Das ist in der Nähe von den Stadtraten. Ja. 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 Das sind verschiedene Lieder. Im zweiten Teil werdet ihr hören zum Beispiel rituelle Lieder, also Hochzeitlied. Das ist Hochzeitlied, der würde nur beim Hochzeit gesungen. Hätte man das normalerweise woanders gesungen, hätte man gedacht, oh, was ist los mit denen, die haben Sinn verloren. Also singt nur ritualistisch zum Hochzeit. Oder zum Beispiel, es gibt Jahreszeite Lieder, also die Lieder, die nur im Frühling darf man singen, oder nur im Herbst, oder nur im Sommer. Und dann kommen wir in eine Expedition und sagen, können Sie uns Frühlingslied singen? Und die Damen sagen, nein, in keinem Fall. Also kommen Sie im Frühling, dann hören Sie Frühlingslieder. Also das ist so, 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 so mit Jahreszeit verbunden. Und wenn Sie sagen, aber entschuldigen, wir sind so von weit weg gekommen, können Sie doch vielleicht für uns auch ein Hochzeitlied singen? Wenn Sie Glück haben, dann sagen die Damen, okay, aber wir machen das sehr leise und machen alle Fenster und Tür zu, dass niemand hört, dass wir jetzt Hochzeitlied singen. Das alles, was bis jetzt hat Jürgen. Jürgen erklärt, das geht um ritualistischer Gesang. Aber die meiste Lieder, die ihr heute hört, das sind die Lieder, die erzählen über unser Leben. Und die kann man immer singen. Am Tisch, nach der Arbeit, während der Arbeit, zusammen mit Männern, separat von Männern. Also das sind die Lieder, die man singt, wenn man glücklich ist oder wenn man traurig ist. Also das sind Lieder, die, sie ведen uns durch das Leben, diese Lieder. Ich wollte ein bisschen was zu ergrenzen, ich wollte sagen, okay, diese Lieder, die leiten uns durch das Leben. Und Panjewhen sagte, naja, so kann man sagen, die Männer und Frauen im Dorf, die haben, als diese Lieder gesungen, die haben gesagt, das ist über unser Leben. Die Lieder begleiten uns durch unser Leben. So pro nasse Żytiä. Ich habe verloren, also da war noch über unser Leben, also die, ja, also kann man sagen, genau das, dass jedes Mal, wenn eine Frau das Lied singt, dass sie quasi erzählt auch ihre eigene Geschichte. Also das ist so, da verbindet man sehr individuell diese Lieder. Wunderbar. Vielen Dank. Man kann euch stundenlang zuhören, diese Sprache ist schon alleine so schön. Aber schon nachher ich von der Wunderbar-Musik. Ich wollte schon sagen, dass Sie jetzt zurückkehren zu mir, aber alle Mitglieder unserer Anselmung, und Gann, und Сергie, und Tania, sie sind so wie ein etnomemusikologen, folkloristen, wie ich. Sie alle fahren auf die Selle, samt, 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 Korocke, das, was ich gesagt habe, das, was ich gesagt habe, das, was ich euch erzähle, das kann alles auch Hannah Ochrimchuk oder Tatjana Sopilka oder Sergi Ochrimchuk erzählen noch mehr und noch besser. Weil wir alle das Gleiche tun. Wir reisen durch die Dörfer, wir sammeln diesen Schatz, wir lernen das, wir singen, wir bringen bei. Wir machen Workshops, wir teilen, wir halten das lebendig. Vielen Dank, ihr Femme. Ich hoffe, dass sie 140 Jahre alt werden. Danke schön. Ich freue mich, dass sie 140, 50 Jahre alt sind. Mariana, zu dir kommen wir leider jetzt nur kurz, weil über dich könnten wir eigentlich eine ganze Sendung machen, theoretisch. Aber vielleicht ganz kurz zu dir, wenn man dich kennt und deine Musik kennt, weiß man, wie stark und wie wichtig dir die ukrainische Kultur ist und wie sehr sie durch deine gesamte Arbeit geht, unabhängig jetzt von deinem politischen Aktivismus, den wir heute mal hier außen vor lassen. Wie schaffst du das, diese unglaublich große Spannung letztendlich zu ertragen oder auch ertragen zu lassen? Ich habe mich wirklich gefragt, wie ist es für diese beiden Ensembles auch mit dir zusammenzuarbeiten, weil du nimmst ja quasi traditionelle Elemente und machst daraus was komplett Neues. Es ist schade, dass wir das heute hier nicht aufführen können. Das ist sehr besonders. Aber wie hält man diese Spannung aus zwischen kompletter Innovation und Avantgarde und dem Erhalt der Tradition? Also ich muss sagen, dass ich habe angefangen zu singen, tatsächlich dank meinem Treffen mit Drevo. Ich war 18, ich war in Kiew. Ich komme aus der Westen Ukraine, aus einem Staat, Lemberg, Lviv. Und ich habe gedacht, okay, im Osten gibt es nichts, gibt es Kolchosen, gibt es nichts. Es gibt sowjetische Fake-Folklore, kitsch und schrecklich. Und dann war ich zu Hause bei einem von Sänger und Sängerinnen und die haben mir Aufnahmen gezeigt von diesen Liedern und gesagt, schau mal, die Karte der Ukraine, überall kannst du fahren, überall findest du diese Tradition. Und so bin ich angefangen zu reisen, zu sammeln und damals wusste ich nicht warum, weil ich dachte, ich werde nicht Sängerin, ich wollte Schauspielerin werden. Aber irgendwas war da, gerade wenn die Frauen sagen, ich habe sie mein ganzes Leben gesungen, wo ich dachte, okay, jetzt muss ich was damit machen, ich muss weiter singen. Ich komme aber aus dem Kunstbereich, natürlich Freude zu Experimenten, zu neuen Musik, neue Klänge. Und trotz, dass ich arbeite mit traditionellen Liedern, ich habe immer gesagt, was ist in diesen Liedern, was mich so berührt, wie höre ich das und wie kann ich das weitergeben. Und da, das ist für mich Alpha und Omega, in einem Dorf, Kretschkivka, hat ein Sänger mir gesagt, das Lied ist wie deine Geliebte. Du hast das so lange im Herz, du weißt, wie du das Lied singen wirst. Das heißt, das ist sehr individuell. Und das heißt, ich kann singen als eine Schauspielerin, die in Deutschland lebt, durch die Welt reist. Ich bringe die ganzen Inspirationen und die ganze Entwicklung in neue Musik da rein. Das ist mein Weg. Aber was ist sehr wichtig und das haben auch, das ist sehr schwierig, immer zu singen von Jevhen Yefremov, den ich als meinen Lehrer betrachte und Inspiration und ja, also meine Orientation im Leben. Aber das Wichtige war für mich immer, wann ich gehört habe, okay, du hast das verändert, aber du hast die Seele bewahren. Ich will trotzdem nicht so viel über mich reden heute, weil das geht nicht um mich heute. Aber was wichtig ist, ist, dass du viele Forschungsreisen unternommen hast in die Ukraine und du hast uns auch was mitgebracht. Ein paar Beispiele, die wir uns jetzt anhören können. Genau, weil mir ist ganz was wichtig zu sagen. Und zwar sehr wichtig zu sagen, dass diese Kultur versucht, also das russische Imperium, nicht nur das sowjetische Imperium, das russische Imperium hat seit Hunderten versucht, diese Kultur zu vernichten. Ausradieren. Wir durften nicht ukrainisch sprechen. Es waren mehrere Gesetze, die haben verboten, ukrainisch schreiben, kreieren auf ukrainisch. Wie Jevhen Yefremov hat erzählt, es wurden so fake Folklore uns serviert mit vielen Liedern über Stalin und über Oktoberrevolution. Und diese Schätze würden, die Frauen im Dorf oft durften nicht diese Lieder singen. Es wurde versucht, uns wegzunehmen, ausradieren. Und das passiert heute. Und da will ich heute, weil das kann ich nicht lassen, Es gibt eine Frau, eine Wissenschaftlerin, die auch Lieder durch Donbass-Gebiet sammelt. Sie heißt Irena Kruchenko. Sie kommt aus dem kleinen Stadt Volnavaca, nicht weit weg von Mariupol. Sie hat in Volnavaca ein Gesangskollektiv, wo drei Generationen zusammen singen. Omas, Mutters und Kinder und Enkelkindern. Und sie ist immer noch, also während der Beschüsse war sie lange im Keller. Wir hatten Kontakt zu ihr verloren. Sie hat Herzkrankheit erlebt im Keller unter Beschuss. Sie hat das Gott sei Dank überlebt. Ich hatte kurzes Kontakt mit ihr. Sie hat mir erzählt, die ganze Sammlung, alle Trachtklamotten, alle Lieder, alles ist in Gefahr, weil das ist abgeschlossen. Sie darf nicht rein, sie darf das nicht rausholen. Sie weiß nicht, ob das überlebt. Aber ich weiß, dass ihre Gesang und ihre Stimme überleben werden. Und ich möchte unbedingt, dass sie heute hören. Irena Kruchenko, ihre Ensemble, Zahra Jaroczka, singt Hochzeitslied von Irena Kruchenko, Mutter. Entschuldigung, die Aufnahme ist nicht so ganz perfekt, aber ich muss einfach so das machen. Zahra Jaroczka, die Aufnahme ist nicht so gut. Zahra Jaroczka, die Aufnahme ist nicht so gut. Zahra Jaroczka, die Aufnahme ist nicht so gut. Und jetzt, bevor wir wieder das Wort geben an Devena, und ihr hört die lebendige Live, die Musik von Donbass, noch eine kurze Aufnahme aus meiner letzten Expedition in 2016. Donetsk und Luhansk wurden schon okkupiert. Ich bin hingefahren mit humanitärer Hilfe, die ich hier in Deutschland durch meine Freunde gesammelt habe, Klamotten, Waschmittel. Und wir haben da in Dorfen und in Städten gesungen und versuchen, aufzunehmen da die Musik. Und wenn ihr hört, dann in Donbass ist nur russische Kultur und nur russische Sprache und das deshalb gehört zu Russland, glaubt es nicht, hört. Es sind ukrainische Lieder aus Donbass. Musik ZANG EN MUZIEK 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 flying out, it's about how we should value and cherish the every moment of our lives, because life is finite. We were flying, Oh, let's go einmal, Musik 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 in der Türkova, die in Russland, in Altai und in der Novosibirsk regionen. Es wurde von den Descendanten von Ukrainien, das wurde aus der Russischen Tsarist-Authokratie in den 18th und 19th century. Both von ihnen über Liebe, weil es immer ein Ort für Liebe gibt, sogar wo es ist. Musik 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 Halt auf der Seele. Musik 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 Mik유 Next song is a round dance from Kharkiv region. It's hard to sing about love and joy when in your country war is, but we feel like all these songs are must be sung because the cities and the villages from there are coming are wiping out from the face of the earth. It's hard to sing with the cities out of town, but we feel like the city is not fair, so we feel like the city is not fair, so we feel like the city is not fair. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 ... 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 Wie ein Pobl, ein Pobl, ein Pobl, ein Pobl, ein Pobl. Wie ein Pobl, ein Pobl, ein Pobl. Ihr habt sicherlich gehört, wie anders das Lied geklungen ist. Das war Hochzeit, das war ein ritualistisches Lied, das war ein Hochzeitslied, die hilft, die hat geholfen, diese Brücke, diese Veränderung von jungen Mädchen ins junge Frau, von jungen Mädchen ins Muttersein zu überbrücken, hat man mit diesem Gesang versucht, durch diese Veränderung zu leiten. Und ich wollte noch ganz kurz eure Aufmerksamkeit lenken an die Gesangtechnik. Also ihr sicherlich merkt, da stehen zwei Frauen oder zwei Männer, oder vier Personen und klingt als ganze Orchester, oder? Das liegt an dieser besonderen Technik von Stimmen, die mit sehr vielen Obertonen, sehr vielen Aliquoten arbeitet, weil natürlich hat man früher keine Mikrofone gehabt, und hat man versucht, dass die Stimme bis zum Ende der Welt reicht, oder manchmal in andere, im Jenseits reicht, gerade beim ritualistischen Gesang. Ich hätte etwas über die Technik von Stimmen gesagt, und jetzt kommt ein Waisenkind-Lied, ein Psalm für Waisenkind, das ist ein Psalm für Waisenkind. Und das ist ein Psalm für Waisenkind. Und das ist ein Psalm für Waisenkind. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Das war Serhii Okremchuk. Und so habt ihr heute von ganz Osten in Donbass durch Norden in Polizia-Region in Skarpaten, also ihr habt quasi ganze Ukraine jetzt schon quasi gehört und ich habe nur gewartet, wann Serhii Okremchuk wird so spielen, also über den Geig. Und jetzt kommt eine, wie Evgeny Fremov sagte zu mir, das kommt jetzt philosophische Lied. Philosophische Pässe? Wir sagen alle Tag. Alle Lieder sind philosophisch. Aber das ist ein sehr besonderes philosophisches Lied. Es geht um unsere Lieben, der gerade angefangen und schon vorbei ist. Wann das passierte, man weiß nicht. Und man muss jetzt leben. Jetzt leben. Und das ist ein sehr besonderes philosophisches Lied. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dann gibt es da eine Box, eine Spendebox. Ich habe schon gesagt, dass es eine neue Schrift gibt, sondern es gibt eine Schrift, die man mit ihm helfen kann. Und ich werde sagen, lasst uns den offiziellen Teil dieser Abend schließen. Ich weiß, die Körber-Stiftung lädt uns dann noch zum Empfang. Wir können informell besprechen, Fragen stellen. Eigentlich wollten wir noch ein letztes Lied singen. Das machen wir aber. Das müssen wir. Alle zusammen. Und auch mit einer ... Aha, ich weiß, was ich sagen wollte. Ich wollte sagen, habt keine Angst, dass die Ukraine in die EU eintritt. Wir sind schon in der EU. Millionen. Und wir Ukrainer bringen nicht nur Sorgen und müssen immer spenden und helfen. Wir bereichen Europa mit dieser Kultur. Und es ist schon zu spät und alles, aber ich muss, dass wir alle zusammen singen. Auch mit einer Familie aus Makariv. Das ist der Stadt, der auch eigentlich quasi nicht mehr existiert. Und es ist Familie, junge, drei Geschwister, die auch singen. Und Devena und Drewo, die noch Stimmen haben. Weil wir müssen ja Drewo-Lied singen. Der Baum. Wir müssen. 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 Wir gehen leicht, um nicht zu schulden. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020